hallo ihr lieben hier ist der steinei sammler und ich bin wieder mal bei der oberstein auf der suche und ich wollte jetzt nicht ein ganzes video mit euch zusammen machen vom suchen und ich wollte zumindest ein paar sachen zeigen ich was finde ja schon mal was kleine stückchen neben dran liegt sogar die nächste sehr groß verwittert und quaz quaz mandel auch immer mal hinter bäumen gucken habe ich was sehr rotes gefunden und kann nur einen schritt weiter wahrscheinlich fast dran vorbeigegangen durch zufall von der sonne geglitzert sie ist auch eine reine quaz mandel meine liebsten fundstücke wenn sie so richtig offen rum liegen wo man sie eigentlich quasi nur aufgeben muss leider auch nur quaz doch mandel aber mit kristallen keine mandel hier ist ein abgang auch hart mal gucken wenn es so was wenn sie so was dann schon aber sie 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 wahrscheinlich aber auch nur quatsch aber mal gucken noch ein bisschen was fast an vorbei gelaufen wo sie so schön sich präsentiert und das ist er ist eine ratisierte stein schad kaputt das flache ganz flach schön gefüllt ein schöner hat relativ viel aber leider nicht das was ich suche bis auf den einen jetzt schade wieder nur quatsch verwittert er sieht schon sehr verbittert aus ist auch verwittert sehr verbittert und wo war der zweite gar nicht aufgenommen ich habe gerade gesagt hier so aufgehoben das ist was umgedreht oder auch nicht der sieht tot aus ich schneiden aber trotzdem mal auf vielleicht ist es einfach nur so verdreckt dass man deswegen nichts sieht und darunter verbirgt sich noch was also nehme ich auch mit wie gemein ist eine wurzel sah echt aus total verwittert er ist auch ziemlich leicht nehmen sie trotzdem mal mit wahrscheinlich auch nix so eine dünne schicht er hat um drauf ist leider nix wochen nicht so viel versprechen diese aussieht das ist schon was schön das glitzert schon und jetzt habe ich eine mücke im ohr auch verwittert auch verwittert schade oh oh yeah supi du kannst machen dass du nicht du kannst machen was du nicht ich bin jetzt aber in dennoch nicht klein zu machen okay du kannst machen was du nicht jetzt bin ich aber gerade fixen fertig das sieht weniger steil aus als es ist hier sind wir gerade hoch zum vergleich ich jetzt fühle mich gerade das war anstrengend sehr bröselig der ist ja mehr als offensichtlich wahrscheinlich nur quatsch oder nur kurz der lächelt einen doch auch schön an und jetzt leider zu spät gesehen direkt nebendran jetzt aus dem augen verloren mist das ist was sieht auch verdächtig aus ja das ist auch einer oh ja auch der ist ja cool der ist ja cool sehr gut auch das handy eigentlich gar nicht weglegen der sieht auch gut aus und das sieht auch sehr viel ja das ist einer das ist einer sehr schön ja sehr schön indem ich jetzt hier mehrere auf kürzester stelle hatte würde ich sagen gleich das handy mal gerade an und schade schade ist nun kieselstein der sich gebildet hat kein achat auch menno so ansonsten passt ansonsten jetzt gepasst hier ist noch was rotes ich hoffe nur ein bruchstück aber ein schönes bruchstück gucken wir mal ob wir den die trommel packen das ist immer cool wenn man mal durch zufall eine stelle hat wo vieles auf einmal liegt das wäre jetzt zu viel jährige das wäre jetzt zu viel des guten ich habe jetzt meine letzten fünf stück da ist der baumstamm da lagen zwei jetzt hier den da und den da also ne vier stück letzten vier stück innerhalb von zwei meter so kann es weitergehen so können es doch weitergehen leider nun intern auch komplett kaputt aber auch mal die trommel vielleicht hält es das aus ich glaube jetzt verlässt mich aber das glück also gucken wir weiter hier liegt auch gut oben auf und ich sehe schon der hat was und blatt auch menno manchmal trügen halt die blätter ich habe jetzt mehrmals gemerkt dass ich im falschen format gefilmt habe das sieht doch auch aus oder und noch zu sehr gut überraschungspaket ich habe im falschen format gefilmt es tut mir leid ich werde die filme wahrscheinlich drehen das ist dann leider quer gucken muss die anderen aber ich achte jetzt darauf dass ich das richtige format habe und während ich sammle ist mein kleiner sohn der 7 und hat hier einen kleinen turm gebaut steht ganz schön wackelig aber was ich cool finde der turm steht auf dem stock da unten ist alles frei hat er auf dem stock gebaut das hat er jetzt ein zweites mal gemacht das erste mal ist ein leider zusammengebrochen gerade als wir ein foto machen wollten das ist doch cool na wer sieht ihn auch sehr offensichtlich was ist das denn hat auch nur ein bruchstück auch nur ein totales bruchstück mit ein bisschen quatsch packen wir auch mal mit dem trommel ich habe zuerst gedacht das wäre ein schneckenhaus da habe ich mich gebückt ich sehe es doch nach hart und aber leider auch ziemlich kaputt ja ich muss gestehen so langsam fängt es ein bisschen dunkler zu werden und meine augen wollen auch nicht mehr so ist doch ziemlich anstrengend die ganze zeit sucht cool was war das denn für ein vogel und naja der fundus wird jetzt langsam auch immer weniger mal gucken wie lange ich noch schaffe wenn es weniger wird noch finde ich was und solange ich noch was finde bleibe ich auch aber auch wieder kaputt schade auch wieder nur kaputt ich habe schon gemerkt die stellen wo ich hin und wieder mal jemanden mitnehmen die werden irgendwie immer sind aber die leute gehen dann da auch wohl relativ regelmäßig mittlerweile ich muss jetzt teilweise ganz schön ausweichen weil ich da wo ich immer gesammelt hatte mit denen so gut wie gar nichts mehr finde es ist echt schade aber naja so ist es halt so ist es halt das sieht von hier aus ob er doch durchsichtig wäre es wohl auch nur ein bruchstück ist mal gucken was ich drin verbirgt er sieht sehr durchsichtig aus und hat irgendwie überhaupt nicht die richtige form na der sieht sehr rot aus aber das ist glaube ich nichts zu groß geht so ein band durch irgendwie wo die nämlich schon mit nehme ich mal mit mal gucken ja jetzt können wir mal raten ist es achat oder ist es quaz ich kann es ja kaum glauben ich bin jetzt wirklich am ade aber wortwörtlich und trotzdem finde ich hier ein loch wo einer gebuddelt machen wo man einer gebuddelt hatte leute ist ist ja kamera jetzt sah so aus ist aber leider nicht mit sicherheit nur ein bruchstück aber die farbe war schon mal auffällig und bruchstück ich glaube meine linse ist dreckig hier muss man reinigen das ist ein roter stein glaubt mir zu dünn da ist auch gar nichts drin mehr auch schadet sein können hat sein können wer findet ihn wo ist habt ihr ihn nö ich auch nicht spaß da ist er oder ist er ist einer auch kaputt vielleicht kann man doch was draus machen mit sicherheit auch nur wieder ein bruchstück doch gottchen das rentiert sich gar nicht schade jo ich bin jetzt auch mehr oder weniger auf dem rückweg wir haben mittlerweile hunger es ist wie viel um eigentlich es ist ach guck mal 18.000 schritte und halb neun gleich ach herrje zwei stunden heimfahrt wir gehen aber erst noch was essen soviel zum thema mein sohn der müsste eigentlich um acht uhr im bett liegen aber ja komm heute darf man mal länger auf bleiben ich denke mal bis wir zu hause sind neun bis wir im auto sind mit das essen haben wir bestimmt zehn mitternacht sind wir ungefähr zu hause schnucki mitternacht zwölf uhr ich denke mal du bist im auto schon längst schlafen ist das nein ist es vogelkacke auf dem blatt vielleicht finden wir ja noch was auf dem heimweg geht